Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Super Mario 64, The Last Impact. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie viel die Folge jetzt ist. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Jedenfalls werden wir jetzt versuchen, die 100 Münzen zu sammeln. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ja, das könnte interessant werden. Okay, da hinten sind die blauen, die brauche ich auf jeden Fall, denke ich mal. Weil ohne blaue könnte es hier sehr, sehr schwierig werden. Das sind schon mal 15 Münzen. Die wir einfach mal so bekommen haben. Sehr, sehr gut. So, dann würde ich auch sagen, wir gehen nochmal in die Mine zu den Geistern. Denn dort gab es ja auch nochmal einiges an Münzringen. So. Wir haben ja schon mal ein bisschen was. Wir haben ja schon mal ein bisschen was. So ist ja nicht. Ja gut, hier im Wasser scheint jetzt nicht wirklich was zu sein, ehrlich gesagt. Wir gucken nochmal nach. Da oben ist was. Oh. Gut, dass wir geguckt haben. Danke Kamera. Für nichts. So. Wow. Okay, nein, mach ich jetzt nicht. So, nächste Münze. Die Gumbas nehmen wir gerade nochmal mit, würde ich sagen. Und yeah. Okay. So, gibt's hier hinten vielleicht Münzen? Kann man hier vielleicht irgendwas machen? Wirbelattacke oder so? Ja, geht ja nicht. Bei Mario Galaxy würde das gehen, bestimmt. Aber hier nicht. Weil wir hier nicht bei Mario Galaxy sind, Freunde. Ja, hier hinten sind keine Münze versteckt, was eigentlich schade ist. Hätte ich mir doch gut vorstellen können. Oh Leute, ey. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, wenn ich aus diesem Level eigentlich raus bin, ne? Es tut mir echt leid, ey. Ich meine, das Level ist, hat gute Ideen auch gehabt und so. Keine Frage, sicherlich. Aber die Aufträge waren halt zum größten Teil so nervig. Muss ich wirklich leider mal ankritisieren. Ähm. Dass mir das Level nicht sehr, sehr viel Spaß bereitet hat. Wie man vielleicht auch hier und da bemerkt hat. Könnte ich mir vorstellen. Aber Münzen gibt's ja hier immerhin einige. Von daher dürfte das ja recht schnell gehen. Rote Münzstellen brauchen wir ja gar nicht erst sammeln. Den haben wir ja bereits schon. Das Spiel ist mir auch nicht mehr abgestürzt, als ich in die Mine rein wollte. Also scheinbar lag das tatsächlich daran, dass wir dieses eine Item da eingesammelt hatten. Die Powerblume oder was das war. Was auch interessant ist eigentlich. Kämen denn die Geister jetzt, obwohl wir nicht den Auftrag ausgewählt haben? Oh ja, die kämen. Das wollen wir natürlich gar nicht erst. Da bin ich mal ganz ehrlich. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. So, wir haben fast schon 100. Also da rechts kann man wohl, äh, wie mir links kann man wohl nicht rein, wie es auch sieht. Wobei da hinten ja schon was zu sein scheint irgendwie, ne? Okay, jetzt versuchen wir irgendwie mit Backwards Long Jump oder sowas da dran zu kommen. Aber versuche ich jetzt erst gar nicht, weil Backwards Long Jump ist sehr, sehr unberechenbar. Ja, also das könnte auch sein, dass wir da einfach sterben. Und da hab ich jetzt keinen Bock drauf bei der Anzahl an Münzen, die wir jetzt bereits schon haben. Wir gucken mal, dass wir 100 Münzen vollkriegen und dann würde ich sagen, ja. Ist auch mal gut mit dem Level hier. Schlecht war es wirklich nicht. Versteht mich da nicht falsch. Das war doch nichts Besonderes, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Was ist denn jetzt hier kaputt? Nein. Au. Au. Alter, war es knapp. Ey, Leute, man, fickt euch doch mal hart, ey. Ey, der Frustfaktor hier ist höher als bei irgendwelchen... ...irgendwelchen Kackhacks wie Kaizo oder sowas. Meine Güte, ey. Ich mach's jetzt hier als erstes. Oh, Mann, ey. Jetzt musst du doch mal kurz eine Ausnahmepause machen, bis gleich. Obwohl, nee, muss ich nicht, muss ich nicht, muss ich nicht. Aber scheich doch. Gleich zumindest. Ich seh, wir könnten schon die 100 Münzen gesammelt haben. Weil diese Welt, die geht mir einfach nur auf den Sack. Ist vielleicht völlig subjektiv. Ich weiß nicht, wie jetzt andere Letztplayer sehen. Bin mal gespannt, wie ich da... Ähm... ...ein paar andere hier sehe. Ich schau mir jetzt auch nebenbei noch ein paar andere Letztplays an. Beispielsweise von Riyog LP. Von dem guten Changs und mein 16, die ja beide mittlerweile eine Letztplayer davon machen. Leider nicht zusammen. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Doch, wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Musst du ganz kurz schneiden. Hoffentlich hab ich das auch getan. Alter, ey. Ganz ehrlich. Wenn ich hier sterbe, hab ich einfach keinen Bock mehr. Gut. Freunde. Ey. Ich mach jetzt erstmal eine Pause. Wir sehen uns gleich. Wieder. Naja, also gleich. Also, ist gleich. So, Leute. Weiter geht's mit diesem lustigen, lustigen Spielchen. Ich hab jetzt was zum Mittagessen hinter mir stehen. Das werde ich gleich essen. Und darauf freu ich mich schon, weil ich echt Kohlenampf hab. Und davor werden wir jetzt die dummen 100 Münzen holen, ey. Ihr habt das selber langsam echt auf dem Kicker, muss ich sagen. Ah, ne. Ich hab jetzt selber nicht auch einen Kicker. Aber es ist einfach mega frustrierend. Die Aufenträge nerven. Größtenteils nur. Gut. Ich mein, es liegt auch teilweise an meiner Unfähigkeit. Also, das darf man halt auch nicht vergessen. Dass das noch ein wichtiger Faktor ist. Ja. Wie viele Steine kommen hier auch? Ja, so kann man die Steine auch umgehen. So. Wollen wir uns die Münzen? Gibt's hier oben noch Münzen? Jawohl. Die gibt's. Sehr gut. Aber ich denke, dann dürften die 100 Münzen hier auch kein so großes Problem werden. Das muss man ja einfach mal so sagen. Also, ich denke mal, es könnte klappen. Au. Ah, fuck. Ich hätte mir da oben die Münzen noch holen können. Aber wir gehen ja eh noch in die Unterwasserwelten. Ah, jetzt wollte ich mich schon hier im Wasser heilen. Aber es geht ja nicht mehr. Ist ja jetzt gerade ein Goomba im Wasser gestorben. Ich halte es im Kopf nicht aus. Kannst du dich doch nicht einfach selbst umbringen. Wie soll ich die Münze denn jemals kriegen, wenn ich das nicht mitkriege? Goombas denken auch immer nur an sich. Vor allen Dingen die suizidalen Goombas. Denken nur an ihr eigenes, ja, Unwohl sozusagen. So. Äh, ja, Münzen, 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 Münzen. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Welt, wo ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, eine Welt haben wir ja schon gesehen. Dieses Luftlevel. Das sah ja zumindest optisch schon mal sehr, sehr interessant aus. Sagen wir es mal so. Ähm, wie es da jetzt in der End sein wird, das kann man jetzt natürlich nicht sagen. So. So. So, komm. Gib her den Scheiß. Alter. Ja, okay. Hat aber gut geklappt. Ähnlich wie beim letzten Mal. Von daher super. Äh, gibt es hier noch irgendwas zu holen? Gott, ey. Passiert eigentlich was, wenn man den Sockel hier entzündet? Nö. Hätte ich die Witch eigentlich auch nicht befreien können? Hätte ich da einen Bob-Omp draufschmeißen können oder so? Das hätte mich ja nochmal befreit. Äh, befreit vor allen Dingen. Das hätte mich ja nochmal interessiert, ob das gehen würde. Aber ich glaube wahrscheinlich nicht, ne? Wird schon alles so getriggert sein, dass das so klappt, wie es auch gewollt ist letzten Endes. So. So, 69 Münzen haben wir bereit. Äh, 69. Okay, Mann, ey. Dumme Witze. A69 natürlich die Rückennummer von, vorn haben wir vergessen, Duda, vom ERC Freiburg. Darum diese Anspielung die ganze Zeit. Also für alle, vielleicht jüngeren Zuschauer, die noch nicht alt genug sind, um zum Eishockey zu dürfen, natürlich. Nochmal die Erklärung, warum da die ganze Zeit dieser dumme Witz kommt. Sollt ihr ja auch wissen. Ich meine, ihr werdet es nicht lustig finden, weil ihr da einfach noch zu jung dafür seid. Aber ist ja egal. Ist ja egal. Ist ja wirklich egal. So, wir haben die 100 Münzen geschafft. Ey, krass. So, und jetzt seid mir bitte nicht böse, wenn ich das mal so deutlich sage. Wir haben 70 Sterne, unseren 70. Stern gesammelt. Und ganz ehrlich, jetzt nichts viel raus. Nix viel raus. Ich drücke jetzt extra nicht Exit Kurs, weil Exit Kurs ist scheiße, weil dann wieder den ganzen Laufweg hätten. Glaube ich zumindest. Glaube schon. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie sterben. So leid es mir tut. Selbst dazu bin ich manchmal noch zu doof. Wobei das mit dem Unterwassersterben geht jetzt hier ganz gut. Geht ja ganz schnell. Also machen wir das mal. Ja, das ist mir jetzt auch egal. Ich meine, wir sind so oft Game Over gegangen. Jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. So, machen wir mal hin. Und dann sind wir gleich nämlich auf der Oberwelt. Ja, das ist ein bisschen eine doofe Taktik, muss man ganz ehrlich sagen. Aber mein Gott, ey. Blub, blub, blub. Und dann sind wir wieder hier. Das war der Plan. Wir brauchen jetzt Welt Nummer 9. Nummer 9. Wo könnte die sich befinden? Ich meine, wir haben da oben noch ein Luftlevel. Hier war das Lava Level. Das könnte eigentlich, das kann eigentlich nur eine Sache sein. Eine Sache, die ich jetzt schon im Kopf habe. Nicht dein Ernst, Alter. Joa. War das jetzt schon der lameste Tod oder hatte ich schon Lamere in diesem Let's Play? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Weil ich, ich gebe mir hier schon Mühe, euch viel zu bieten, was lame Tode angeht. So, komm, direkt ins Loch, direkt ins Loch. Nicht in das Loch. Weißt du nicht nur, dass du mich das Spiel zum Verzweifeln bringst? Ich selbst jetzt auch noch. Meine Güte, ey. Ich stelle mich hier wieder an. Wir machen das mal so, wie Case sich das gedacht hat. Wir gehen jetzt mal auf die Plattform. Dann gucken wir uns um. Sehen. Oh, noch eine Plattform. Oh, noch eine Plattform. Oh, noch eine Plattform. Juhu. Wir freuen uns in Ast. Das ist ein schwerer Sprung. Oh, noch eine Plattform. Oh, noch eine Plattform. Oh, noch eine Plattform. Äh. Oh. Ein neues Level. Meine Güte. Welt 9. Harriet Honey Hive. B. Mario Exploration. Und B. mit Doppel E. Dann sei noch mal wehnt. Ach du Kacke. Was will ich hier schon wieder für uns verlangen? Okay, Level werden zusehends schwerer. Da ist eine Biene. Eine Biene zu sein ist super. Ich kann mich... Achso, ich kann nur A drücken und in die Luft fliegen. Ja, super. Das ist freundlich für dich. Okay, hier sind schon mal viele Münzen für später. Was sagt die uns da? Was sagt die uns da? Aha. Oh, okay. Also, ähm... Die Bienen vermissen ihren König oder ihre Königin vielmehr. Und, ähm... Der Verdacht wurde geäußert, dass sie wohl von Spinnen heimgesucht wurden. Also, da spinnen hier in ihrem schönen Gedöns. In ihrem schönen... Wie nennt man das eigentlich? Bau? Ist das ein Bau? Ein Bienenbau? Keine Ahnung. Jedenfalls in ihrem Korb, wenn man so möchte, leben. Und das ist natürlich nicht so geil. Aber wir gehen mal hier reingucken. Was ist da los? Du, ich renne jetzt. Alles klar. Wir nehmen mal das. B. 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 Scheiße. Also, man muss schon geradeaus fliegen. Das war jetzt ein Kaltstart. Muss ich ja auch mal fairerweise dazu sagen. Wo wird man hier rausgeschmissen? Hier unten. Okay, das ist ja fair. Man könnte uns auch einfach hier rausschmeißen. Das war schon wieder knapp. Ich hab's genau gesehen. Aber okay. Na gut. Dann gehen wir mal einfach zum Auftrag. Den Rest sehen wir ja später noch im Level. Äh, vielmehr das Rest hier. Das Level sehen wir ja eh später noch. Wenigstens werden wir die 100 Münzen sammeln. Was hier eigentlich gar kein Problem sein dürfte. So viele Münzen, wie ich jetzt hier schon gesehen habe. Auf einem Haufen. Das ist ja wirklich extrem. Du, ich renne jetzt. Ist auch voll ein guter Start einfach. Boah, das war ja knapp. Ach du Scheiße. Hä? Warum? Okay, ich muss erst mal auf die Spielemechanik klarkommen. Ey, ich stelle mich so an, diesen Hacken. Das ist so peinlich einfach. Wahrscheinlich fahre ich jetzt noch irgendwie runter. Und dann haben wir das zigtausendste Game Over schon wieder. Meine Güte ey. Ja, eigentlich soll der Part auch schon vorbei sein. Ich weiß ja, Handy ey. So kann ich auch nichts machen. Dauert halt jetzt mal ein bisschen länger. Oh, ich hab Hunger. Ich hab Hunger, Alter. Boah. Alter, boah. Ja, ich muss hier rein. Ja, mach mal, ne? Mach mal mal so. Hallo. Ja, du, ich renne jetzt. Okay. Wir machen jetzt Rennen. Rennen. Hä? Fuck you, ey. Ja, okay. Wir machen das beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich fahre hier einfach nur noch. Ist es unglaublich. Bis zum nächsten Mal.